1908, der Live-Radio-LASK-Podcast. Immer LASK, immer LASK, ey, ey! Mit Georg Duschlbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, uhrtypischer Partner des LASK. Und diesmal zu Gast, unser Kappheld von Kapfenberg, Turmann Jörg Siebenhandel. Servus Jörg. Ja, grüß euch, freu mich, dass ich da sein darf. Ähm, ja, Kappheld. Die anderen haben Maschi, was beitragen. Du, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Uhrtyp, ein 3, ein hellalkoholfrei, einen Radler oder ein Wasser vom BWT? Ja, zuerst das Wasser und dann können wir noch irgendwann ein Bier nehmen. Passt, alles klar, ich nehme ein Uhrtyp. Jörg, jetzt sind wir beim LASK, nach sechs Jahren Sturm Graz. Du bist allerdings kein Grazer, du bist ja in Wien geboren. Und wie hat es eigentlich damals angefangen, den Fußballerleben? Ja, mein Fußballerleben hat eigentlich bei der Admira begonnen, weil ich gleich in der Nähe gewohnt habe. Und ja, Freunde von uns sind die Gnaller-Familie. Und mit denen haben wir dann begonnen zum Fußballspielen. Und ja, da war halt, dadurch, dass der Wolfgang bei der Admira gespielt hat, relativ naheliegend, dass wir dort beginnen. Und deswegen hat dann dort alles angefangen. Warum eigentlich Tormann? War das wegen deinem Bruder dann schon, der ja auch Tormann ist oder war? Oder wegen dem Wolfgang Naller sogar? Ja, teilweise auch wegen ihm, weil wir dann halt bei der Admira gesagt haben, ja, wir wollen uns auch ein bisschen ins Tor einstellen. Aber letztendlich, die Entscheidung ist mir dann ein bisschen abgenommen worden, wo ich zu Hause gewechselt bin. Und dann haben die Trainer dann gemeint, als Feldspieler, naja, müssen wir nicht, ob wir die brauchen können, aber als Goalie würden die sofort nehmen. Und dann war es halt relativ einfach, was ich machen werde. Bei uns hat es früher wieder geheißen, der Dicke muss ins Tor, das war bei euch nicht so, oder? Ja, vielleicht stellenweise, aber ich habe dann einen guten Wachstumsschub gehabt, da hat sich dann alles ein bisschen ausgewachsen. Bundesligamäßig, glaube ich, war dann erste Station Wiener Neustadt, oder? Ja, genau. Denkwürdiges Spiel damals, Saison 2011, 2012, erste Runde. Auswärtsspiel in Mattersburg, und Jörg Siebenhardl schießt nach 81 Sekunden das erste Tor der Saison. Wie ist das eigentlich gelungen? War das beabsichtigt, oder war da viel Aufwind dabei? Wie ist das zugang? Ja, die Frage habe ich oft schon bekommen, also, war eindeutig absichtlich, also, es ist ja normal, dass man 80 Meter aufs Tor schießt. Nein, es ist wie immer am Anfang, bist du als junger Spieler, wie willst du mal den Weg finden, was für dich passt? Und bei uns, wir haben halt einen großen Stürmer gehabt, das hat geheißen, schieß mal lange Bälle. Und der war halt dann zu lang und ist dann im Tor gelandet, also, ja, war schon eine gute Geschichte. Wir können nicht viel von sich behaupten, ein Torschützer in der Bundesliga ist ein Tor meiner. Nein, definitiv nicht, deswegen freue ich mich drüber. Und ja, wer das Video kennt, kann mich doppelt freuen, dass der Stürmer schon ein bisschen älter war, dass er ein Ball ist hinter der Linie, der Wies steht. Es hat dich dann einmal in die zweite deutsche Liga aufgeschlagen, zu den Würzburger Kickers. Wie wurden diese Erfahrungen? Ah, die war zweigeteilt. Also, es war, ich bin mit viel Euphorie zum Verein gekommen, ich habe mir gedacht, ich werde gleich zum Spielen kommen. Dem war dann nicht so. Und ja, das war dann einfach eine anstrengende Zeit. Also, ich bin dann auf der Bank gesessen und dann habe ich am Ende noch ein bisschen spielen dürfen. Aber da waren wir schon in einem Abwärtsstrudel drin, in dem wir dann nicht mehr stoppen haben können, dann sind wir abgestiegen. Ja, war eine zweigeteilte Erfahrung. Ich habe trotzdem viel aus der Zeit mitnehmen können, weil ich das erste Mal im Ausland war, die zweite deutsche Liga gesehen habe, die ja von dem Drumherum sicher eine coole Liga ist. Aber der Fußball hat mir zu dem Zeitpunkt dann nicht so getaugt und war auch für mich nicht so zugeschnitten, weil wir halt viel lange Bälle gespielt haben und ich bin damals von der Tmira weg, wo wir viel spielerisch gelöst haben. Und ja, das war dann ein bisschen schwierig, aber am Ende des Tages war es wiederum ein Glücksfall, weil ich dann bei Sturm Graz gelandet bin. Eben, und dann für Sturm über 200 Spiele, sechs Jahre lang zweimal ÖFB Cup-Sieger geworden mit Sturm. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Wahrscheinlich doch die prägendste in deiner Karriere bis jetzt, oder? Ja, definitiv. Also, da habe ich sehr, sehr viel erlebt. Also, ich bin von einem normalen Spieler dann auch zu einem Führungsspieler gereift und habe dann wirklich viel Verantwortung übernehmen dürfen. Und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und wir haben halt auch mit zwei Cup-Siegen, da waren auch riesen Erfolge dabei. Also, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man in der Zeit, wo Red Bull eigentlich alles gewinnt, dass man da auch zwei Titel holt. Ich glaube, da haben wir wirklich gut abgeliefert. Ich habe dann auch mein großes privates Ziel erreicht, dass ich mal in der Europa League spielen darf. Das wollte ich immer mal erreichen und das war einfach schön, wenn wir das dann geschafft haben. Und ja, deswegen war es wirklich eine gute Zeit. Im Sommer dann der Wechsel zum Lask. Es war ja so, dass der Klub sich ja festgelegt hat, Tobias Lawal wird die neue Nummer eins in der Saison. Warum musst du dich trotzdem für den Wechsel nach links entschieden dann? Ja, da haben viele Faktoren mitgespielt. Es war einfach dann eine Zeit, wo ich einfach mal das ganze Revue passieren habe lassen müssen, was mit Sturm war, weil das letzte halbe Jahr einfach nicht live und war, so wie das dann alles gränt ist. Und dann habe ich halt für mich, habe mir lange überlegen müssen, was ist jetzt der nächste Schritt, was kann ich machen? Einerseits wollte ich schon noch spielen, aber andererseits war es mir auch wichtig, dass halt das ganze Drumherum passt. Und ja, vom gesamten Konzept war einfach beim Lask das alles so, dass für mich einfach schlüssig war, dass das die richtige Entscheidung ist, weil ich einfach ja beim Verein sein wollte, der ganz vorne mitspielt, der auch international vertreten ist und wo halt auch die ganze Infrastruktur passt. Und ja, dass dann meine Rolle der Zweier-Kohle war, dann für mich auch gut passt, weil ich einfach auch beim Tobi gesehen habe, was er für ein Potenzial hat. Und da ist es auch einfach schön, wenn man einen jungen Spieler dabei unterstützen kann, dass er seinen Weg macht. Also ich habe auch die Unterstützer gehabt, die mir einen Weg geebnet haben. Einen treffe ich ja regelmäßig wieder mit dem Ratzi, der als der Arm- und Trainer tätig ist beim Lask. Und deswegen ist es dann für mich auch schön zu sehen, wie sich der Tobi jetzt entwickelt. Und ich glaube, ja, viel besser hätte er sich nicht entwickeln können im letzten halben Jahr. Wie gefällt es dir in Lins so grundsätzlich? Ja, ich muss noch meinen Platz ein bisschen finden, wo ich mich wohlfühle, aber es ist schon in Ordnung. Aber man muss sich halt auch mal zurechtfinden. Also gerade sage ich mir dann schon leichter dann am Ende. Wie hast du eigentlich aus der Ferne die Entwicklung des Lask in den letzten Jahren miterlebt? Wir haben ja heute ein Rundes Jubiläum, zehn Jahre Neuübernahme durch die Freunde des Lask damals. Das sogenannte Weihnachtswunder war das damals am Heiligen Abend 2013. Wie hast du das so, sage ich mir, aus der Ferne erlebt, was sich beim Lask so getan hat? Ja, da hat sich vieles getan. Also zuerst war es einmal eher schön zu sehen, dass der Verein das dann wieder geschafft hat. Dass sie dann auch wieder den Durchmarsch in die Bundesliga geschafft haben. Und dann waren sie ja das große Überraschungsteam. Ich kann mich noch ans erstes Spiel in Lask erinnern, wo wir einfach maßlos unterlegen waren. Wir haben zwar ein Spiel trotzdem gewonnen, aber ja, das war einfach Glück, dass wir da durchgekommen sind. Und die Entwicklung war dann halt super. Auch wenn dann mal zwischendurch ein Loch drinnen war, was jeden Mal passieren kann. Aber jetzt steht der Verein wieder eindeutig dort, wo er hingehört. Wie siehst du jetzt deine Aufgabe beim Lask genau als zweiter Tor? Man muss natürlich stets bereit sein, falls irgendwas ist. Aber inwieweit bist du da jetzt auch ein bisschen der Mentor für den Tobi Lawal und um ihn da quasi in seiner Karriere zu unterstützen? Ja, er ist ja nicht der Tobi der Einzige. Also wir haben ja viele gute junge Talente bei den Goals dabei. Und deswegen kann ich da einfach meine Erfahrungen einbringen. Also der Tobi zeigt jetzt eh, dass er selber auch schon soweit ist, dass er das alles im Griff hat. Also du spielst nicht umsonst Woche für Woche oder ja eigentlich alle drei Tage gute Spiele. Und deswegen ist er auch absolut verdient mit dem Nationalteam. Und das freut mich halt, dass ich da dabei bin und dass ich da auch seine Entwicklung so miterlebe. Also es ist ja nicht nur, dass ich da jetzt irgendwas beitrage, sondern er bringt ja selber auch sehr, sehr, sehr viel mit. Und das freut mich einfach zu sehen und ich hoffe, dass sein Weg halt noch sehr, sehr weit führt. Und ja, ich bin halt immer bereit. Also ich glaube, ich habe genug Erfahrung, habe jetzt auch in den Cup-Spielen gezeigt, auch wenn ich vielleicht das eine oder andere Monat nicht spiele, dass man sich auf mich verlassen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was sich der Verein mit dem Transfer gewünscht hat. Du hast es ja gerade angesprochen, der Tobi hat seine Sache bis jetzt sehr gut gemacht. War jetzt auch im ÖFB-Team mit dabei. Wie siehst du seine Zukunft? Was kann er sich noch erwarten von seiner Gehre? Das ist immer dieses Glaskugelschauen. Das ist immer so eine Sache. Ich kenne halt den Torhütermarkt jetzt schon ganz gut. Und es ist nicht einfach, aus Österreich in eine andere Liga zu kommen. Man hat es bei anderen Spielen schon gesehen, wie beim Benzi, dass es halt dann trotzdem sein kann, dass man dann kurzzeitig einmal ansteht und dann vielleicht über den Umweg Dänemark jetzt da wieder wirklich auf Top-Niveau spielt. Und das ist halt das, wo er dann genau schauen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass er den nächsten Schritt macht. Und der nächste Schritt ist halt das Österreich, meistens ist Ausland da. Also innerhalb von Österreich ist dann sehr begrenzt. Wenn man schon mal beim Lask spielt, ist man eigentlich schon ziemlich weit oben. Da geht nicht mehr viel drüber. Und ja, da muss man einfach den richtigen Zeitpunkt erwischen. Du warst jetzt bisher im ÖFB-Kampf für den Lask-Gemeinsatz. Da war in der letzten Runde eben dieses Spiel gegen Kapfenberg 0 zu 0 nach 120 Minuten und dann Elfmeterschießen. Wie geht es einem da als Turmer, wenn man was? Sagen wir mal, einen sollte vielleicht mindestens halten, damit wir weiterkommen. Noch dazu, ja, sollte man sich nicht blamieren als Lask gegen Kapfenberg, dass man da ausscheidet. Ja, es war halt auch das mit den Spielen davor, wo wir am Ende relativ viele Punkte hergeschenkt haben, auch international, wo wir dann noch die Tore bekommen haben. Und da war mir auch klar, okay, jetzt sollte ich vielleicht eine Elfer halten, dass wir da mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ja, es wäre dann noch peinlich gewesen, wenn ich gar keinen erwische. Also, ich bin ja noch schon draußen gestanden und habe mir gedacht, hm, jetzt sind wir schon beim sechsten Schützen, wenn ich nicht bald einen halte, dann bin ich vielleicht der erste Goal, der kann einen Elfer halten und vielleicht sogar noch einen verschießt. Also, das wollte ich mir nicht antun. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt ist es an der Zeit, weil die Jungs haben sechsmal eiskalt verwandelt und dann ist es auch an mir, dass ich mal einen halten darf. Mit der Frage, wie hast denn du dieses Elferschießen eigentlich erlebt? Ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Elferschießen gesehen. Also, diese ersten zehn Schützen, die waren alles sowas von souverän eingebaut, die Bälle und stark geschossen. Was denkt man sich da so als Durmann? Ja, man denkt sich halt, man probiert viel und es geht irgendwie nichts auf, aber es waren einfach die Schüsse gut. Also, gerade auch von unserer Seite bin ich daneben gestanden und habe mir gedacht, okay, was soll da passieren? Die hauen den nacheinander eiskalt rein. Da strebt mir Ritsch, ich war nicht einmal irgendwie nah dran, weil die Elf einfach so gut geschossen waren. Und ja, mir war dann klar, irgendwann kommt ein Schütze, der eigentlich nicht auf der Liste steht, der nicht gern schießt und ja, dass halt dann vom Kapfenberg der Jüngste hingeschickt worden ist, zum Schießen war halt mein Glücksfall. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Ja, ich rede mal über die laufende Saison. Nach 15 Runden gibt es in der Bundesliga, sage ich mal, ein ähnliches Bild wie auch in der letzten, Salzburg vor Sturm und dem LASK. Es ist aber gefühlsmäßig alles ein bisschen enger beieinander heuer. Wie schätzt du das Ganze bisher ein? Auch, was sich dahinter tut? Ja, es gibt ein paar Überraschungen, ein paar Sachen, die normal rennen. Also ich hätte nicht erwartet, dass Klagenfurt schon wieder so erfahrener dabei ist. Also sie machen wirklich eine gute Arbeit. Und ja, Hartberg hat mich auch bis zu einem gewissen Grad überrascht, dass sie das auch so durchziehen, weil man muss sagen, sie spielen wirklich guten Fußball. Und dann vorne, ja, also ich habe gehofft, dass wir vielleicht noch knapper dran sind. Ich meine, so weit ist der Abstand eh nicht, aber ich habe gehofft, dass wir noch solche Spiele wie gegen Rapid zum Beispiel, wenn wir da die zwei Punkte nicht herschenken, dann sind wir noch näher dran. Und ja, Salzburg eröffnet gerade ein bisschen so noch das Fenster, das man mitspielen darf. Und das sollte man halt dann auch nutzen. Und das ist jetzt an uns, dass wir die letzten Spiele noch so gestalten, dass wir nah dran sind an Salzburg, weil für mich ist trotzdem Salzburg immer der Gradmesser. Wo man dann steht, haben viele Verletzte und da muss man dann auch schauen, wie die, wenn dann mehr Spiele wieder zurückkommen, wieder ins Frühjahr starten. Und das ist halt dann genau der Punkt, dass man halt gleich im Frühjahr gut rein startet und viele Punkte noch für die Meistergruppe mitnimmt. Salzburg ist offenbar eigentlich nicht diese übertrübe Mannschaft, die sie vielleicht in den letzten Jahren waren. Der Sturm ist voll dran, der Lask ist auch dabei, hat beide auch schon geschlagen diese Saison. Was wird in dieser Saison noch möglich sein oder was wird das noch in dieser Saison? Ja, es wird definitiv ein harter Kampf. Also die Meistergruppe ist ja immer so, du spielst dann einfach nur direkte Duelle und jedes Spiel zählt eigentlich mehr oder weniger sechs Punkte. Du weißt immer, wenn du drei Punkte in der anderen Mannschaft gibst, dann kannst du schon wieder vielleicht am Platz auch zurückrutschen. Und das ist halt die Schwierigkeit da. Aber ich glaube, der Lask hat es letztes Jahr auch schon super gemacht und deswegen sehe ich kein Problem, dass wir es dieses Jahr auch wieder gut machen in der Meistergruppe. Aber da wird sich dann alles entscheiden, wo es dann hinführt, werden wir dann sehen. Also dort, wo wir jetzt sind, ist für mich einmal das Mindestziel. Aber glaubst du, da kann der Lask vielleicht sogar ganz vorne mitmischen noch am Ende? Ja, das ist immer so eine Sache. Natürlich wünscht man sich, dass man dann am Ende mit einer Schale in der Hand dasteht. Aber es ist jetzt immer vermessen, dass man zum heutigen Zeitpunkt sagt, ah genau, das ist, was wir wollen. Sondern wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt einmal die nächsten Spiele dann auch gewinnen. Und wenn wir dann drei Runden vor Schluss am ersten Platz stehen, dann können wir sagen, ja okay, jetzt wollen wir unsere Schale aber auch nicht mehr wegnehmen lassen. Aber bis dorthin ist noch so viel Zeit. Vor allem gibt es ja dann diese Punkteteilung im Frühjahr wieder. Da wird allerdings jetzt wieder diskutiert, ob das überhaupt gut ist, diese Punkteteilung. Was hältst du denn du persönlich davon? Ja, grundsätzlich glaube ich war ja die Idee der Punkteteilung, dass man näher an Salzburg ranrückt. Also in dem Jahr mit der Punkteteilung rückt man definitiv nah ran. Und ich glaube auch in der Meistergruppe ist für die Leute interessant, dass dann alles noch so eng zusammen ist. Aber gerade in der Qualifikationsgruppe ist dann oft so, dass halt Mannschaften dann in Probleme kommen, die eigentlich schon recht souverän dagestanden sind. Weil wenn du jetzt mit 25 Punkten oder 26 Punkten knapp die Meistergruppe nicht erreichst, dann stehst du vor allem mit 13 Punkten da. Und die hinter dir haben dann auch ihre 6 Punkte und bist trotzdem wieder näher dran. Und das ist halt dann ein Druck, der halt für manche Mannschaften dann, gerade für die kleinere Mannschaften, die wollen ja Spiele entwickeln. Die wollen ja schauen, dass sie dann ein Grundgerüst aufbauen können, vielleicht auch junge Spiele einbauen. Und wenn du da immer um eigentlich die, unter Anführungszeichen, die Existenz kämpfst, weil wenn man absteigt, da geht einfach viel Geld verloren. Und das tut halt vielen Vereinen dann sehr, sehr weh. Und wenn du das immer im Kopf hast, dann kannst du Spiele einfach nicht so gut entwickeln. Und ich glaube, das wäre ganz praktisch, wenn es da ein bisschen am Mittelfeld geben würde, dass man halt sagt, okay, unten machen wir keine Teilung, dann gibt es vielleicht ein, zwei Vereine, die können ein bisschen Spieler ausbilden. Ist ja auch für den österreichischen Fußball nicht so schlecht, wenn ein paar österreichische Spieler ein bisschen mehr die Chance kriegen. Weil ja, bei den vorderen Vereinen ist das eh immer weniger der Fall. Deswegen wäre es da ganz gut, wenn es ein Mittelfeld geben würde. Wie siehst du überhaupt die Liga jetzt, wenn man sich anschaut, du hast es ja schon angesprochen, Hartberg ist vorhin dabei, Klagenfurt. Die Wiener Vereine schwächeln ein bisschen heuer oder kommen die noch? Was glaubst du? Ich glaube, dass in Wien man in beiden Lagern derzeit nicht so ganz glücklich sein kann, oder? Ich würde ihnen empfehlen, dass es bald kommen. Viele Spiele gibt es nicht mehr. Und es ist halt gerade eher unangenehm, wenn es einer von den Wiener Vereinen oben schafft und der andere nicht, weil das Wiener Tabi ist halt da noch... Es gibt viele Superspiele, aber es ist da noch das Spiel in Österreich. Und ich glaube, das ist gerade für die Fanlager auch nicht super, wenn das Spiel ausfällt. Aber klar, sie müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Und ich glaube, das Spiel gestern tut der Austria dann auch wieder weh, dass sie da die Punkte nicht mitgenommen haben und vor allem der Direktor Konkurrenz um die Linie dann die drei Punkte geholt haben. Das ist halt nach der Serie vielleicht ein bisschen bitter, aber sie haben halt bei den Vereinen noch sechs Spielen Zeit, dass sie über den Strich rutschen. Als Lask müsste man sich vielleicht sogar wünschen, dass Blaubeis Linzer es rauf schafft, damit es Linzer Tabis noch einmal gibt, zwei, oder? Ja, aber ich glaube, das wird eine unmögliche Aufgabe, dass die nochmal raufkommen. Es wäre schon gut, wenn sie es einfach schaffen, dass sie in der Liga bleiben, dass wir nächstes Jahr dann wieder Tabis haben. Das, glaube ich, sollte das Ziel sein. Und ja, dann wäre es schon cool, wenn wir nächstes Mal dann wieder mit einem Sieg von Tannen ziehen. Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 kmh. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar. Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut. Schauen wir auf die nahe Zukunft. Es geht an die Anfield Road, Europa League gegen Liverpool. Die Ausgangslage für den Lask ist klar. Also wenn wir in der Europa League noch eine Chance haben wollen, dann müssen wir dort was mitnehmen. Ganz realistisch gesehen, ist das möglich? Das ist eine gute Frage. Also man hat gesehen, dass andere auch schon was mitgenommen haben oder Liverpool Punkte weggenommen haben. Unmöglich ist im Fußball nichts. Aber klar gibt es leichtere Aufgaben als dort, an den Sieg einzufahren. Ich glaube, das haben schon viele probiert, auch in der Champions League oftmals. So leicht ist es nicht. Aber solange es nicht vorbei ist, ist es nicht vorbei. Also man kann viel herumrechnen. Wir haben immer noch die Chance, dass wir zumindest in der Conference League überwintern. Und solange es rechnerisch möglich ist, ist das definitiv auch unser Ziel. Aber trotzdem sage ich mal, so ein Spiel an der Anfield Road, das ist durchaus was Spezielles für einen Fußballer, oder? Weil das hat man nicht so oft, gerade wenn man in einer österreichischen Mannschaft spielt. Ja, es haben wir alle noch die Chance, kannst du es zu Liverpool wechseln. So schwer ist es ja nicht. Nein, es ist ja, sicher ist es ein schönes Spiel. Aber ja, wir sollten uns von dem Ganzen drumherum nicht blenden lassen. Weil ich habe das schon mal miterlebt, wo du dann zu einem größeren Gegner fährst. Es ist ja ein großer Ausflug. Alle freuen sich, dass wir dort spielen. Und letztendlich fährst du mir eine Niederlage heim. Also wir sollten uns schon darauf konzentrieren, dass es ein Fußballspiel ist. Klar sind die Begleitumstände dann. Anfield Road, Liverpool. Man kann es kurz aufschnappen, das Ganze. Aber letztendlich müssen wir einen Platz abliefern. Und das ist das Wichtigste. Die Frage ist natürlich auch, wie Jürgen Klopp aufstellen wird, wen er spielen lässt. Wir haben ja alle gehofft, dass es für Liverpool um nichts mehr geht. Und die vielleicht dann einige Spieler schonen. ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, oder? In der jetzigen Ausgangslage. Ja, das brauchen wir uns nicht verlassen. Das hat er irgendwann schon. Also ich glaube, sie haben sich dann auch ein bisschen leichter vorgestellt, dass sie jetzt nicht so um Punkte kämpfen müssen. Aber es liegt an uns, wenn wir da Punkte mitnehmen, dann müssen sie auch in der letzten Runde nochmal mit der vollen Garnitur antreten. Und das wäre für uns dann auch wieder förderlich. Also es liegt an uns, wie die Zukunft ausschaut. Was kann man aus dem Hinspiel mitnehmen? Ihr habt lange 1 zu 0 geführt, was natürlich sensationell war im Stadion. Die Stimmung war ein Wahnsinn. Was kann man da mitnehmen? Positives aus dieser ersten Partie? Ja, dass wir so lange mal unser Spiel durchzogen haben, eigentlich gut mitgespielt haben. Klar, kommt Liverpool immer wieder zur Chance und dann brauchst du dann vielleicht auch ein bisschen Glück. Oder Tobi hat wieder einen überragenden Tag. Und dann musst du halt dein Spiel durchziehen. Du darfst ja nicht hinten eine drucken lassen. Das halte ich gegen so eine Mannschaft auch nicht durch, weil die haben halt super Einzelspieler. Wir müssen halt dagegenhalten, unser Spiel spielen und einfach mit Euphorie über den Platz laufen. Fertig. Reden wir nur über das Nationalteam. Wir haben die Quali für die Euro-Souverän geschafft. Haben jetzt auch noch einen super Abschluss gehabt mit dem Sieg gegen Deutschland. Du weißt selber, wie das ist. Wenn man gegen Deutschland gewinnt, warst du beim letzten Sieg 2018 mit dabei. Schon geil, wenn man die Deutschland schlagt, oder? Ja, damals war es geil. Jetzt wirkt es anscheinend schon so, als wäre das normal für Österreich, wenn wir jetzt die Spiele immer gewinnen. Nein, es ist einfach die Entwicklung vom Nationalteam. Man sieht einfach von dem Zeitpunkt, wo ich noch dabei war bis jetzt, da ist ja nochmal viel weiter gegangen, obwohl wir damals schon auf einem guten Niveau waren. Aber jetzt merkt man einfach, dass es wirklich gut ineinander greift, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit da ist, dass man halt wirklich die Gegner gut unter Druck setzen kann. Das hat einfach Hand und Fuß das Ganze. Und ich hoffe halt einfach, dass die Spieler fit bleiben, dass vielleicht noch der eine oder andere einen weiteren Schritt macht, dass man sagt, okay, wir haben da schon richtige Klasse-Spieler, aber vielleicht kommt in der Zwischenzeit noch ein Weltklasse-Spieler dazu, dass einer wirklich nochmal so einen richtigen Schritt macht, weil dann ist wirklich viel möglich bei der EM. Also mich würde es freuen, wenn Österreich wirklich noch den nächsten Schritt macht und vielleicht nochmal weiterkommt als beim letzten Mal. Was macht Ralf Rangnick mit diesem Team? Inwieweit ist er da die entscheidende Figur, dass es jetzt so anders und wirklich gut rennt jetzt beim Nationalteam? Was macht er so viel anders und besser? Ich kann es nicht sagen, weil ich halt ein Außenstehender bin und nicht wirklich einen Einblick habe. Das Einzige, was man zusammenreimen könnte, ist, dass halt viele, nenn man diese Red Bull-Schule gespielt haben, dass viele auch schon unterm Rang nicht trainiert haben, dass viele wissen, was er fordert und deswegen, dass es dann auch gut funktionieren kann. Also es gibt viele Spieler, die eine gewisse Zeit bei Red Bull verbracht haben und vielleicht ist das auch das Förderliche, dass das jetzt einfach stimmig ist und zusammenpasst. Samstag ist ja die Auslosung für die Euro. Gibt es irgendwelche Wunschgegner, wo es dann ist, cool, Topf 1. Deutschland vielleicht? Ich habe eine gute Erfahrung. Nein, eigentlich gar nicht. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe nicht im Kopf, wer in welchem Topf ist, wer ein Gegner sein könnte. Ich wünsche mir einfach, dass Österreich über die Gruppenfaser einfach drüberkommt und dann einfach ihren Weg macht. Was gefühlsmäßig ist, ist es schon irgendwie so, dass man das Gefühl hat, das bei der nächsten Euro, das könnte für Österreich so richtig ein geiler Bewerb werden, wenn wir das Niveau, das wir jetzt gerade haben, ungefähr so am Platz bringen, oder? Ja, aber wir brauchen jetzt nicht wieder von außen überall aufbauschen. Jetzt können wir Europameister werden, wir können Weltmeister werden, sondern einfach am Boden bleiben und die Jungs machen lassen. Ja, klar soll eine Euphorie da sein, die Fans sollen auf den Straßen bei den Public Viewings mitfeiern, aber letztendlich, ja, brauchen wir nicht übertreiben und uns schon wieder so hinstellen, als wäre es schon eine Gmadewiese. Ja, klassisch österreichisch. Alles, entweder das ist super, das ist alles schlecht. Ja, genau. Einfach mal ein gutes Mittel walten lassen und dann einfach die Euphorie von Spiel zu Spiel aufbauen und dann wird das schon passen. Bin mir sicher. Alles klar. Jörg, dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wünsche eine gute Reise nach Liverpool, kommt es wieder gut heim und noch viel Erfolg für die letzten Runden. Danke dir. Dankeschön. Ja, danke natürlich auch euch wieder fürs Zuhören. www.liveradio.at, da geht es auf Gewinnspiele, dann könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats November abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats November, am Ende des Monats, gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Denn Live Radio Lask Podcast 1908 gibt es auf unserer Website in der Live Radio App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt, eine E-Mail an podcast.liveradio.at schicken oder in der App schreiben. 1908 Der Live Radio Lask Podcast